Heyo Leute, damit eure Rechthens, willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man extrem einfach Geld verdienen kann. Also ich habe euch ja schon zwei Möglichkeiten gezeigt, wie man es einfach machen kann. Ich habe einiges getestet, so ist es ja nicht. Und wenn sich jemand fragt, warum machst du es überhaupt? Ganz einfach, weil mich das interessiert, wie einfach man denn im Internet mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Kohle verdienen kann. Und da habe ich einiges getestet, bin auch bei einigen Sachen entweder übers Ohr gehauen worden oder die Seite war einfach down und hat mir das eben nicht mitgeteilt und so. Und ich habe mich halt bei einigen Sachen registriert. Und bei den Sachen, wo es klappt, wo ich auch schon ein bisschen was damit gemacht habe, die stelle ich euch jetzt halt einfach nach und nach vor. um euch eben die gleichen Möglichkeiten zu ermöglichen, auch so Geld zu verdienen. Die ganze Seite nennt sich hier Cospo. Ich bitte euch wieder, euch über meinen Link zu registrieren. Ihr habt euch keinerlei Nachteile. Und ich kriege eine minimale Provision, weil ich euch eben angeworben habe. Das steht dann hier, geworbene Freunde. Da wünsche ich mir eben, dass die Zahl ein bisschen höher geht. Ihr seht, ich habe mittlerweile 57 Cospos. Das sind 57 Cent. Also ein Cospo ist 1 Cent. Und die Vergütung ist auch extrem gut. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, um was es eigentlich geht, aber dazu komme ich gleich. Das ist nämlich wirklich einfach. 100 Cospos sind 1 Dollar, äh, 1 Euro. Und wenn ihr euch eben eure Auszahlung eben auszahlen lassen wollt, ihr braucht keinen Mindestbetrag, sondern das wird einfach jeden Monat automatisch gut geschrieben und zwar auf diese Cash App. Das ist der kleine Nachteil. Dafür habt ihr eben keinen Mindestbetrag. Aber ihr braucht eben diese Cash App. Äh, habe ich mich jetzt noch nicht registriert. Werde ich aber auf jeden Fall machen. Ihr seht hier schon, Cosco, Gutschrift Juni, 13,50 Euro. Cosco, Gutschrift Appel, 28,90 Euro. Und dann Auszahlung beim Geldautomaten und aufs Bankkonto. Also ich weiß nicht genau, ähm, wo man sich bei dieser, äh, wie, auf was man sich bei dieser Cash App alles auszahlen lassen kann. Ähm, auf jeden Fall, ja, also hier Girokonto und Web und Geldautomat. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ist halt eben der Nachteil, dass man eben bei zwei Firmen da arbeiten muss. Aber die sind direkt in Partnerschaft mit Cosco. Von dem her sehe ich da jetzt nicht das Problem, dass das dann irgendwie Ewigkeiten dauern würde oder so. Ähm, dann wenn ihr euch registriert habt, dann müsst ihr zuerst eure Interessen auswählen. Also hier geht ihr auf Interessen auswählen. Wenn ihr es nicht macht, kriegt ihr weniger Geld. Ich wollte euch da nur jetzt kurz hinweisen. Ich habe alles ausgefüllt zu 100%. Ähm, und wenn ihr es nicht macht, kriegt ihr auf jeden Fall weniger Vergütung. Ich habe dadurch schon, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10% einfach mehr gekriegt. Dadurch, dass ich eben mich hier, äh, ja, also dass ich hier meine Interessen auswähle. Das Ganze ist sowas von anonym. Also ihr müsst keine, also bei Cosco selber keine Straße und so angeben, sondern nur die ungefähren Eckdaten. Also auch nur den, den Geburtsmonat und nicht das Geburtsjahr. Wirklich nur ungefähre Eckdaten und die genaue Straße und so braucht ihr dann erst bei Cash. Ähm, die geben dir dann aber nicht an Cosco weiter. Also im Prinzip total anonym. Und hier werden immer mehr Sachen. Ihr seht es gerade. Vorher war das bloß vier Sachen oder so, die wir machen können. Vier Angebote. Und jetzt sind hier schon, äh, mindestens sechs. Äh, das Ganze erkläre ich euch jetzt, was das überhaupt ist. Ihr werdet fürs Videoschauen bezahlt. Ihr müsst 20 Sekunden euch so eine Werbung hier anschauen. Da habe ich schon ein bisschen was gemacht nach unten hin. Wir fangen jetzt einfach mal hier an mit, äh, der Beatswerbung. Ich mache meine Musik schnell aus. Und dann sehen wir hier, fängt der Timer an. 18, 17. Und jetzt ist hier einfach eine Beatswerbung. Und wir müssen die danach einfach bewerten. Ob wir die gut fanden, ob wir die schlecht fanden. Oder ob wir sie neutral fanden. Wir können hier auch ein bisschen lauter machen. Ach nein. Oh Gott, ich glaube, das Lied ist, äh, gesperrt. Hoffentlich werde ich da jetzt nicht, ne? Oh Mann, ich glaube, da ist Gamer drauf auf dem Lied. Man. Okay, jetzt ist das Video fertig. Ihr seht, das Ganze wird über, äh, YouTube gelöst. Wenn ich da jetzt irgendeine Gamer recht verletzt habe, tut es mir furchtbar leid, liebe Gamer, dann werde ich das Video anscheinend nochmal neu aufnehmen. Und jetzt, äh, werden wir hier unsere Bewertung abgeben und kriegen dafür 5 Cent. 5 Cent für 20 Sekunden Video schauen und jetzt eine Bewertung geben. Wie fanden wir es? Also ich fand die Beatswerbung jetzt ganz gut. Ähm, und wir sehen, wir haben jetzt, äh, 63 Cosmos. Jetzt werden uns hier gleich die anderen Angebote angezeigt. Ich schalte gleich wieder auf Stumm, weil ich keinen Bock habe auf Gamer. Genau, sehr schön. Ihr seht jetzt hier eine HTC-Werbung. Eigentlich echt total einfach verdientes Geld. Es sind immer genau 20 Sekunden, die ihr warten müsst. Das Video ist halt jetzt zufälligerweise 20 Sekunden. Aber diese eBay-Werbung hier, die war irgendwie 37. Und nach 20 Sekunden könnt ihr schon sagen, Jo, ich will meine Bewertung abgeben. Äh, das fand ich jetzt so eher neutral. Weil ich die Musik nicht gehört habe und so. Aber egal. Schauen wir uns noch eine Werbung an und dann zeige ich euch. Na, eigentlich sind wir durch. Eigentlich brauche ich euch gar nichts mehr zeigen. Äh, da kommen andauernd neue Angebote rein. Ihr habt es gesehen jetzt. Also ich habe gestern noch, äh, Angebote gemacht. Und in einem Tag sind wieder 6 neue Angebote gekommen. Das heißt, und, äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, es sind immer so 5-Cent-Angebote. Nein. Es waren auch schon 20-Cent-Angebote dabei. Ja, diese komische AX-Werbung fand ich auch so, so lala. Was haben wir denn hier noch? So eine WhatsApp-Werbung. Die ist ja richtig cool. Ich weiß ja jetzt schon, dass ich die mag. Ah, WhatsApp-Sympel. Na, okay. Das ist WhatsApp für Android, glaube ich. Tja. Äh, also ich finde es extrem einfach verdientes Geld einfach. Weil man wirklich nur diesen Werbespot sieht. Da geht jetzt zum Beispiel eine Minute. Und wir können jetzt schon sagen, gut, reicht mir. WhatsApp fand ich, ja, fand ich gut. Komm, WhatsApp fand ich gut. Dann haben wir hier noch Kino. Die zwei mache ich jetzt noch. Und dann beende ich das Tutorial auch. Weil ich glaube, also wer jetzt noch dabei ist, äh, der kann eigentlich schon beenden. Äh, wie gesagt, ich bitte euch über meinen Link das Ganze anzumelden. Und dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das gefällt, wie ich euch zeige, wie man zum Beispiel jetzt hier schon wieder 5 Cent in, ja, in 20 Sekunden verdient. Also, und, und das ganze Prinzip dahinter ist eben, dass ihr so eine, also die, die Werbung wird eben im Fernseher ausgestrahlt. Und die Leute wollen halt wissen, oder die, die Werbeleute wollen halt wissen, ähm, ob die Werbung gut ankommt oder eben nicht. Ja, diese Arschwerbung, ich glaube, die kennt jeder. Die sehe ich auch andauernd im Fernseher. Und die fand ich total blödsinnig. So, jetzt haben wir fast einen Euro zusammen. 9, äh, 80 Cospo-Dollar. Oder Cospo-Coins. Und wenn ihr eben hier auf aktuell geht, dann seht ihr aktuelle Sachen, die eben noch möglichst lang gehen und so. Wenn ihr auf nicht gelistet geht, da habe ich auch schon einen Support angeschrieben, was das soll, dann seht ihr zuerst die Sachen, die eben, ähm, noch offen sind und dann seht ihr die normalen. Weil mich das immer gewundert hat, warum ich bei nicht gesehen eben alles sehe. Aber das wird dann einfach so sortiert, dass ihr die, die eben noch nicht gesehen habt, ganz oben angezeigt werden. Wenn ihr eben euch jetzt, äh, anmeldet, äh, glaube ich, dass dann auf jeden Fall schon wieder neue Sachen sind. Wenn ihr euch jetzt anmeldet, kriegt ihr auf jeden Fall sofort 89 Cent, da alle Sachen, die ich gemacht habe, immer noch da sind. In drei Tagen ist das eBay jetzt weg, aber ich glaube, bis dahin ist wieder was Neues da. Also, ihr kriegt wirklich total schnell, total, ja, einfach verdientes Geld. Die Auszahlung, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die funktioniert, weil die Website ist echt gut, die ist neu und der Service ist total nett. Also hier, Service Center, da könnt ihr eure Fragen stellen, wenn ihr irgendwelche habt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.